Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rourke ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Und das versuchen wir in Part Nummer 4 von Call of Duty Ghosts. Oh Mann ey, viel zu tun in dieser Welt. Heimkehr. 8. Juni. Wie können wir helfen? Das Kommando braucht eine Menge an der Front. Okay, wir treffen uns bei der Kommando-Zentrale. Ich lasse den Hund hier. Der Rest kommt mit mir. Los geht's. Okay, dann wollen wir mal. Kommando, Viking hier. Seid ihr noch da? Bestell nicht, Viking. Aber nicht mehr lange. Ihr müsst den Stadfüfter. Wir sind unterwegs. Uns was neues Verkennen. Oh, das Kommando-Posten. Negativ. Verteidigungs-Teams haben die Position gehalten. Aber der Punktkontakt ist abgerissen. Ihr habt es sicher geschafft. Okay. Ich bin da. Los geht's. Boah, Scheiße. Alter, wow. Scheiße, ja. Feindliche Artillerie. Feindliche Artillerie kommt. Festhalten. Feindliche Artillerie. Wow, wow, wow. Boah. Egal. Shit. Ich hab nix anderes. Ich hab nix anderes. Warten auf dich. Okay, okay. Hey, Mann. Okay, wir warten. Okay, 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 nochmal Oh man, oh man, oh man, wie viele Helikopter sind das, man Fuck Scheiße, man Oh Gott, ey, Apokalypse, Mann Oh man Scheiße, inszenieren können sie es auf jeden Fall Okay, okay, ich bin ja schon dabei Granate, 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 granate Ey, yo, man Übertrieben, aber geil irgendwie Die Munition auffüllen Okay, ich mach ne Drohne wieder Für den Panzer Ey, heftig, Alter Wow, 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 wow Alter Was Wir brauchen diese Drohnen schon wieder Okay, okay Okay, okay Jo Ist das krank hier Nein, nein, du warst Oh fuck, Alter, das erste Mal, dass ich gestorben bin Oh man Ich bin da etwas übereifrig gewesen Okay Okay, okay Okay Alter Okay, nochmal ne Drohne, ey Scheiße Die Drohne ist weg Alter Okay, okay, flankieren wir Kommando, Drohnenkontrolle offline Wir evakuieren die Verwundeten Alter Kommando an alle Einheiten A10 Drohnenunterstützung ist offline Zu Sekundärpositionen zurückziehen, wiederhole Alle, einfach Scheiße Erreichen sie die Kommandozentrale Und suchen sie ihren Vater, okay Scheiße Wir verlieren das hier Wow, wow, wow Wohin? Ich höre Riley Da, Riley, hi Scheiße Okay Da ist unser Vater Ich habe ein ungutes Gefühl dabei Hash, komm Okay, okay Oh, wow Okay Oh Was will er denn? Yo Was? Oh Oh Okay Oh fuck Es Wir haben Die Ghost Das ist wirklich bewundernswert Dad Weil du es bist Dad Hast du die ganze Zeit eine von ihm? Hey, ruhig Junior Das ist dein Vorgesetzter Die Jungs wisst nicht, wie schwer mir das gefallen ist Aber wenn ich mich entscheide War es das Du und dein Bruder müssen noch viel lernen Aber ihr habt alle Tests bestanden Willkommen bei den Ghosts Wir sind bereit Wir werden dich nicht enttäuschen Das könntet ihr niemals Ich bin stolz auf euch Auf euch beide Alles schön und gut Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock Das ist der Titel, die Ghosts Ja Er ist gut Sehr gut Und er weiß, wie wir arbeiten Wie kann das sein? Er war einer von uns Schon gedacht Schon gedacht